Jungen Grieche, jede Woche, heute möchte ich reden. Deshalb möchte ich die Regierung umverstehen, Unternehmerverband. Weil nach dem Abschluss ist ihr Gehalt nur 20.000. Wie können sie dieses Geld essen, vermieten, unabhängig sein? Unsere Regierung muss die Aufmerksamkeit auf Unternehmer zu zahlen. Wenn man nicht Geld sparen, wie kann unsere Nation haben, zu kämpfen? Seit der Klingel meines Unternehmens. Ich habe viele junge Menschen bekannt. Einige von ihnen können nicht heiraten. Einige von ihnen nicht leisten können, Kinder zu haben. Ich denke, unser Nämmer zum Service berein muss festgestellt werden. Es muss eine Frei-Charge-Chargens-Nummer haben. Fragen wie Baleen, die alle Antworten holen. Alles muss klar sein. Wir später reden. Viel Spaß haben. 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 Teich. Vielen Dank.